Sandra hat in unserer Gruppe effektiv Bassüben auf Facebook eine Frage gestellt zum Thema kleine Hände. Sie hat geschrieben, ich spiele noch nicht so lange und habe kleine Hände, so dass mir vor allem der kleine Finger Probleme macht, wenn zwischen Zeigen und kleinem Finger zwei Bünde liegen. Mein Lehrer meint, ich soll den Ringfinger unterstützend mitdrücken, aber da kommt Murks raus. Es schnarrt, weil ich zu wenig Kraft im kleinen Finger habe. Okay, das ist eine super häufig gestellte Frage und vielen Dank fürs Fragen, Sandra. Aber es ist ein häufiges Problem, dass Leute den Eindruck haben, dass sie zu kleine Finger haben und sie fragen sich, was kann sein, muss ich mir trainieren, habe ich den falschen Bass, bin ich einfach anatomisch falsch gebaut. Und jetzt will ich dir mal sagen, in diesem Video will ich dir sagen, woran das liegen kann, also was die Gründe dafür sind, dass es schnarrt oder dass du nicht richtig runterdrücken kannst und den Eindruck hast, zu kleine Finger zu haben und was du eventuell dabei machen kannst. Also, welche Gründe kann das haben, dass du den Eindruck hast, zu kleine Hände zu haben? Also, es kann natürlich sein, dass du ein Mensch bist, der einfach klein gebaut ist. So, es gibt große Menschen, es gibt kleine Menschen und so gibt es auch Short-Scale und Long-Scale-Baisse. Also, es kann wirklich sein, es ist jetzt nicht unbedingt der Fall, darauf komme ich gleich noch, aber es kann sein, dass du einfach anatomisch so gebaut bist, dass ein normaler Long-Scale-Bass für deine Zwecke einfach zu lang ist. Es kann aber auch sein, dass du, wenn du sagst, dass du erst seit kurzem spielst, dass deine Hände das einfach noch nicht gewohnt sind. In dem Fall bist du nicht zu klein für den Bass, aber deine linke Hand, die Greifhand, die braucht einfach nochmal ein bisschen mehr Übung, um sich daran zu gewöhnen. Das ist eine neue Art zu greifen, eine neue Art die Hand zu bewegen, das dauert einfach ein bisschen, bis das kommt. Die dritte Möglichkeit könnte sein, dass du einfach noch nicht genug Kraft in der Hand entwickelst. Wie gesagt, es ist eine völlig neue Art der Bewegung für deine Hand und vor allem der kleine Finger hat oft nicht so viel Power, weil ganz ehrlich, wie oft benutzen wir im Alltag schon den linken kleinen Finger, um irgendwas kraftvoll runterzudrücken. Wenn du nicht zufällig Gewichtheberin bist oder Seile hochkletterst oder eh schon Klavier spielst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du einfach im linken kleinen Finger super wenig Kraft hast. Was dein Basslehrer dir vermutlich sagen wollte, als er sagte, du sollst mit dem Ringfinger zusammen runterdrücken, das wird gewesen sein, dass er dir nahelegen wollte, den Kontrabassfingersatz zu benutzen. Das heißt nämlich, dass man mit dem Zeigefinger, mit dem Mittelfinger und mit den beiden Fingern zusammenspielt. Also man hat quasi von hier bis hier einen Halbton und von hier bis hier einen Halbton. Das macht in bestimmten Fällen Sinn, total, auf jeden Fall. Und du kannst das auch gerne machen. Allerdings sollte das nicht als Krücke dafür da halten, dass du eine Sache nicht lernst, die du lernen könntest. Das heißt, dieser Kontrabassfingersatz, okay, kann funktionieren, aber ich würde das erst dann, den erst dann einsetzen ausschließlich, wenn du abgecheckt hast, dass du genug Kraft hast, dass deine Hände groß genug für deinen Bass sind. Okay, also wenn du zu klein bist, kannst du dir einen kleineren Bass besorgen. Das sind dann Short-Scale-Bässe. Da führt dann kein Weg drumherum, sonst machst du dir die Hand kaputt. Wenn du noch Anfängerin bist, brauchst du einfach ein bisschen Zeit, um dich daran zu gewöhnen. Dann achte darauf, dass du die richtige Haltung hast und dass du regelmäßig übst, aber nicht in Schmerzen reinübst. Das heißt, üben ja und auch gerne viel natürlich, aber wenn du merkst, oh, das zieht, oh, das tut weh, dann hör auf, mach eine Pause, dann brauchst du deine Hand einfach mal ein bisschen Ruhe. Okay, wenn es aber jetzt daran liegt, dass du Kraft brauchst im kleinen Finger, dann will ich dir zwei Übungen zeigen, mit denen du Kraft entwickeln kannst. Das sind, im Grunde sind es, ja, es sind Kraftübungen, also du könntest, du könntest dir auch ein Fitnesstrainer im Fitnessstudio zeigen und die sind so zu üben, wie man halt auch Fitness und Kraft trainiert, nämlich möglichst regelmäßig. Okay, also das Ergebnis, was du haben willst, du willst mehr Kraft in den Fingern haben. Es ist ein bisschen irreführend, weil in den Fingern selber hast du gar keine Kraft. Die Kraft kommt aus dem Unterarm, aber das nur so nebenbei. Okay, Übung Nummer eins. Öffne deine Hand und drücke jeden einzelnen Finger fest auf den Daumen. Immer wieder, du kannst das ruhig jeden Tag fünf Minuten machen und richtig Kraft da reinstecken. Wenn du mal siehst, mein Arm verändert sich auch, also hier spannen sich die Muskeln an, je nachdem, welchen Finger ich auf den Daumen drücke. Achte darauf, dass du wirklich, jetzt auf die Hand achten, dass du wirklich einen gleichmäßigen Bogen immer machst, dass du nicht in sowas rutschst, ne, sondern dass du immer kraftvoll Fingerkupper auf Fingerkuppe presst. Und das soll hier anstrengend sein. Das soll auch nicht wehtun, aber es darf ruhig anstrengend sein, so wie ein leichtes Fitnesstraining halt einfach. Eine andere Möglichkeit ist, das trainiert deine beiden Hände, dass du die Handballen aufeinander legst und auch die Fingerkuppen aneinander presst und einfach mal durchprobierst. Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger und du siehst schon, wo bei mir mehr Kraft ist, in welchem kleinen Finger. Der linke kleine Finger, der behält den Bogen bei und der rechte kleine Finger, der knickt ein. Achtung, ja, siehst du das? Das heißt, ich habe den linken kleinen Finger vor dem Spiel mehr trainiert. Okay, also, die einzelnen Finger nacheinander drücken, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, Daumen kannst du auch. So, such dir eine von den beiden Übungen aus, mach die 5 Minuten am Tag, ruhig eine Weile lang, achte darauf, dass du regelmäßig korrekt übst, also, dass du die richtige Greifhaltung dir antrainiert hast und wenn du nicht zu klein bist, dann sollte das in ein paar Wochen dein Problem lösen. Wie gesagt, diese Frage hat Sandra in unserer Facebook-Gruppe effektiv Bassüben gestellt. Das ist momentan die einzige Spam-freie Gruppe, wo tatsächlich super viele hilfsbereite Leute sind, die auch was auf dem Kasten haben. Das heißt, wenn du eine Frage hast zu solchen Themen oder zu allen möglichen Themen, wenn es ums Thema Bassüben geht, dann komm in unsere Gruppe, hau die Frage raus und es tummelt sich sofort von Leuten, die dir liebend gerne deine Frage beantworten und wer weiß, vielleicht mache ich auch ein Video davon. Also, komm gerne in unsere Gruppe, du bist herzlich eingeladen, bis dahin. Ach so, den Link, den habe ich natürlich in die Videobeschreibung geschrieben. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020